Ich lese einen Text aus 1. König 19, die Verse 1 bis 15. Ich lese sie nach der guten Nachricht. Es ist eine richtig lange Geschichte. Der König Ahab berichtete seiner Frau Isebel alles, was der Prophet Elia getan. Und er ließ alle Propheten und das, dass er alle Propheten Barth umgebracht hatte. Da schickte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mich strafen, wenn ich morgen um diese Zeit nicht ebenso dich umbringen werde, wie du meine Propheten umgebracht hast. Da packte Elia die Angst und er floh, um sein Leben zu retten. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauß, trauch und wünschte den Tod herbei. Herr, ich kann nicht mehr, sagte er. Lass mich sterben. Ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Aber ein Engel kam, weckte ihn und sagte, steh auf und iss. Als Elia sich umschaute, entdeckte er hinter seinem Kopf ein frisches Fladenbrot und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Aber der Engel des Herrn weckte ihn noch einmal und sagte, steh auf und iss. Du hast einen weiten Weg vor dir. Elia stand auf, aß und trank und machte sich auf den Weg. Er war so gestärkt, dass er 40 Tage und Nächte ununterbrochen wanderte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Dort ging er in die Höhle hinein und wollte sich darin schlafen legen. Da hörte er plötzlich die Stimme des Herrn. Elia, was willst du hier? Elia antwortete, Herr, ich habe mich leidenschaftlich für dich, den Gott Israels und der ganzen Welt eingesetzt. Denn die Leute von Israel haben den Bund gebrochen, den du mit ihnen geschlossen hast. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben und nun wollen sie auch mich noch töten. Der Herr sagte, komm aus der Höhle und tritt auf den Berg vor mich hin. Ich werde an dir vorüber gehen. Da kam ein Sturm, der an der Bergwand rüttelte, dass die Felsbrocken flogen. Aber der Herr war nicht im Sturm. Als der Sturm vorüber war, kam ein starkes Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Als das Beben vorüber war, kam ein lodernes Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Als das Feuer vorüber war, kam ein ganz leiser Hauch. Da verhüllte Elia sein Gesicht mit dem Mantel, trat vor und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme fragte ihn, Elia, was willst du hier? Er antwortete, Herr, ich habe mich leidenschaftlich für dich, den Gott Israels und der ganzen Welt eingesetzt. Aber die Leute von Israel wollen mich töten. Da befahl ihm der Herr, geh den Weg zurück, den du gekommen bist. Geh bis nach Damaskus und salbe dort Haseil zum König von Syrien. Unending love, amazing grace, unendliche Liebe und überwältigende Gnade. Das haben wir gerade in dieser spannenden alttestermännlichen Geschichte gehört. Ich hörte, letzten Sonntag war schon ein alttestermännlicher Prophet dran. Dann machen wir doch gleich heute weiter mit Elia. Und dieser spannenden Seelsorge-Geschichte. Denn wir haben es hier wirklich mit einer unglaublich vorbildhaften Seelsorge-Geschichte zu tun. Wie geht Gott mit Menschen um, die am Ende ihrer Kraft sind? Vielleicht kennt das der eine oder andere auf irgendeine Art und Weise. Da hat man alles gegeben. Und dann kommt irgendetwas über den Weg und es nimmt einem die gesamte Freude am Dienst, an der Arbeit. Alles Gute weg, lässt einen belämmernd dastehen. Da fängt zum Beispiel jemand eine neue Arbeitsstelle an. Das hat sich alles gut angelaufen. Das Vorstellungsgespräch, die ersten Arbeitstage. Es war alles klasse. Und dann dieses blöde Missverständnis, Missverständnis mit einem anderen Mitarbeiter. Und nach ein paar Tagen Tratsch, Erklärung und Gegenerklärung, fehlt einem fast noch der Mut zum Weiterleben. Dabei wollten alle Beteiligten das Beste. Ich denke da besonders auch an die Situation von Flüchtlingen. Manche leben ja auch unter uns. Ich denke da besonders an Hastia, einen Flüchtling, den wir in der Gemeinde Schaffhausen vor vier Jahren getauft haben. Was hat er alles auf sich genommen, um aus seiner lebensgefährlichen Heimat Afghanistan zu fliehen? Er überlebt die Flucht übers Mittelmeer, mit weiten, weiten Fußweg, bis er endlich in der Schweiz landet. Mit viel Hoffnung, Zuversicht und dann die Ablehnung. Drohende Abschiebung und er muss ganz plötzlich verschwinden. Wieder erneute Flucht durch Gesamteuropa. Wieder nach halsbrecherischen Abenteuern landet er schließlich in England. Doch auch hier darf er nicht bleiben. Gefängnisaufenthalte unter menschenunwürdigen Zuständen. Abschiebung zurück in die Schweiz. Ohne jegliche Zukunftsperspektive. Er ist im Buch untergebracht. Ganz am Ende der Schweiz. Er wird nicht ausgewiesen, weil es zu gefährlich ist, wird aber auch nicht anerkannt. Er kriegt zu Essen und Wohnung. Er darf nicht arbeiten und wir dürfen ihm nicht helfen, denn damit würden wir uns auch strafbar machen. So ist das in der Schweiz. Das ist unglaublich. Was soll so ein junger Mensch denken? Über sich, über die Welt, über Gott. Mir fallen diejenigen ein, die beruflich selbstständig sind. Es lief alles so gut. Dann kam Corona und der Lockdown. Wie soll das Geschäft weitergehen? Die vom Staat zugesagten Mittel sind viel zu wenig. Wie soll ich die Mitarbeiter weiter bezahlen? Immer haarscharf jetzt an der Insolvenz vorbei. Einige unter uns sind seit langem von der Kurzarbeit betroffen. Zu den Existenzängsten, Mietezahlen, Haushaltskosten, Auto etc. Kommt die Angst vor Verlust des Arbeitsplatzes. Das sind alles Geschichten der Verzweiflung. Nach langem Kampf. Wenn wir am Ende sind und nicht mehr können. Wenn wir alles eingesetzt haben. An Zeit, an Kraft, an Arbeit, an Fantasie, an Vorbereitung, an Training. Und es dann doch nicht alles zureicht. Da stellt sich dann das lähmende Gefühl ein. Die ganz große Enttäuschung. Lähmung. Und manchmal denke ich, ist das auch die Situation in den Gemeinden. Auch in unserer. Nicht nur Corona hat uns an die Grenzen geführt. In allen Bereichen, vom Kindergottesdienst angefangen, über die Musik bis hin zur Technik. Überall fehlen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und die altbewährten Mitarbeiter zu entlasten. Bewährte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die auch einmal einen Gottesdienst einfach nur genießen wollen, ohne im Dienst eingetragen zu sein. In manchen macht sich das Gefühl breit, wir sind müde, wir können nicht mehr. Wir haben so sehr gehofft, wir brauchen dringend neue Kräfte, am besten neue Geschwister, die in die Verantwortung hineinspringen. Es sind alles Elia-Geschichten. Ja, ja, der feurige Elias. Er war so einer. Ich kann mich bestens in ihn hineinversetzen. Voller Elan, voller Leidenschaft, voller Energie und vor allem Bewusstsein auf der richtigen Seite zu kämpfen. So fängt er an. So steigt er ein. Nicht umsonst wurden damals alle Dampflokomotiven nach diesem Elia benannt. Nach dem feurigen Elias. Kraft strotzen, dampfend, pfeifend, energiegeladen, macht er sich daran, den wachsenden Unglauben und die Abgöterei in seinem Volk zu bekämpfen. Er kämpft gegen Baal, diesen heidnischen Gott, den man kaufen konnte für mehr Fruchtbarkeit und mehr Erfolg im Beruf und auf dem Feld. Er zettelt einen der kuriosesten Kriege in der Menschheitsgeschichte an, diese Elia. Er fordert zum Gebetskrieg auf. Er allein gegen 400 Baalspriester. Alle sollten sie um Regen beten nach mehrjähriger Dürrekatastrophe. Wer verliert, darf die andere Seite töten. So war das damals. Die Baalspriester geben ihr Bestes. Elia braucht nur ein einziges Gebet und schon regnet es aus Kübeln. Als Sieger brachte er sie alle um. So war es abgemacht. Doch die getöteten Baalspriester haben mächtige Freunde. An allerhöchster Stelle Isabel, die Frau des Königs. Und sie schwört Rache. Und sie beginnt die Verfolgung. Die Elia ist erschüttert. Wieso hilft mir Gott beim Gebet und lässt mich jetzt im Stich? Wieso hindert Gott die Verfolger nicht? Wieso bringt er seine Feinde nicht um? Ein so großer Sieg und am Ende nichts? Die Flucht und permanente Angst? Jetzt reicht's. Jetzt ist es zu viel. Er fühlt keine Stärke mehr in sich. Er ist ausgebrannt. Leer und kaputt. Und dazu schreckliche Todesangst. Typische Burnout. Und Elia wanderte alleine weiter, einen Tag lang nach Süden in die Steppe hinein. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte den Tod herbei. Da muss schon was passieren, bis man sich den Tod herbei wünscht. Ich kann nicht mehr, sagt er, lass mich sterben. Ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Diese Beschreibung 1. König 19 passt exakt auf das, was wir heute Erschöpfungsdepression nennen. Eine tiefe Erschöpfungsphase, so etwas wie ein Burnout. Der Blick engt sich ein. Jemand sieht seine Lage mehrheitlich pessimistisch, nicht mehr objektiv auch. Negative Gedanken erzeugen negative Gefühle. Ziehen einen weiter runter, ein Teufelskreislauf beginnt. So jemand erlebt sich frustriert, gedemütigt, ausgestoßen, bestraft. Als Pechvogel, als Versager. Er fühlt sich minderwertig, unzulänglich und wertlos. Richtige Treppe runter in den Keller. Das Denken, die Überzeugungen entwickeln sich negativ. Man sieht nur noch die Dornen, aber nicht mehr die schöne Rose. Das ist oftmals die Situation von Enttäuschten, von Resignierten, den Eliassen. Besonders hart wird es für Menschen, die ihre Aufgabe als Berufung verstehen, die es wirklich ernst meinen, möglichst 100% anstreben. In ihrem Dienst, in ihrer Berufung, in ihrem Job, wo auch immer. Jetzt kommt natürlich die Frage, wie kommt man da raus? Wie kommt man da raus aus so einem Kellerloch, wenn man da einmal drin steckt? Wie erhält Elia Hilfe? Wer ist jetzt da, um mit dem Müden zur rechten Zeit zu reden? Und was redet der? Wie begleitet Gott solche Müden damals und heute und vielleicht auch unter uns heute? Nun, Gott schickt einen Engel, einen Boden, der Elia jetzt hilft. Und bitte, was heißt Engel? Engel müssen nicht Männer mit Flügeln sein. Sie sind meist sehr handfest. Menschen wie du und ich. So jemand kommt vorbei und hilft. Und sie, in dem, was sie tun, erledigen einen göttlichen Auftrag. Das heißt Engel. Und solche Aufträge sind immer Lebenshilfeaufträge. Erste Königin 19 ist also eine perfekte Therapiegeschichte. Was kommt zuerst? Was kommt zuerst? Bei uns kommen zuerst oft Tabletten, wenn jemand so ganz tief unten drin steckt. Antidepressiva, Ratschläge, Lesehilfen, Appell zum Weitermachen geht es auch. Mann, komm, tritt dir mal in den Hintern und wieder hoch. Nein, dieser Engel ermahnt nicht. Der Engel befiehlt nicht. Kein Tadel, kein Vorwurf, keine Korrektur. Er wird auch nicht zurückgeschickt. Stell dich nicht so an, reiß dich zusammen und geh wieder in die Arbeit. Stell dich da im Problem und was nicht so alle, was wir da alle so manchmal drauf haben. Nein, Schlaf ist jetzt dran. Der Engel lässt Elia erst einmal schlafen und kümmert sich um das leibliche Wohl, weit weg von allen Herausforderungen. Ja, ich weiß, auf Hastias Fall, dem Flüchtling, passt das nicht. Da wäre eigentlich genau das Gegenteil, die richtige Hilfe. Arbeiten dürfen, Beschäftigung, irgendetwas tun dürfen. Die Fälle sind ähnlich. Die Therapie muss von Fall zu Fall angemessen entschieden werden. Was würde dir jetzt wirklich wohl tun und gut tun? Nun, der erste Schlaf ist bei Elia so ein richtiger Erschöpfungsschlaf. Oft mit Wachphasen verbunden, mit Unruhe, angstmachenden Träumen. Darum darf Elia zweimal sehr lange schlafen. Gott hat Geduld. Nicht im Schlaf versinken, aber doch wieder zu Kräften kommen. Nicht ermahnen, sondern Zeit geben. So geht Gott mit diesem feurigen Elia um. Und das finde ich bezaubernd menschlich. Und dann wird Elia geweckt und findet neben sich ein Krug Wasser. So etwas wie frisches Fladenbrot. Mitten in der Wüste. Gott liebt Details. Wir bekommen hier eine Seelsorge Gottes vorgestellt, von der wir lernen können, die unseren Umgang auch miteinander prägen darf. Nachdem Elia also zunächst gestärkt wird, ist er noch lange nicht wieder einsatzbereit. Jetzt kommt eine Lernerfahrung und nur mit dieser Lernerfahrung wird er später dann wieder auch neu beauftragt. Er muss verstehen lernen, welche Art Gottes es ist, mit Menschen umzugehen, mit ihnen zu reden. So und so wird Elia jetzt 40 Tage und Nächte bis an den Sinai geführt. Genau der Berg, auf dem schon Moses Gott begegnet ist und die Tafeln der zehn Gebote empfangen hat. Hier, an dem Berg Horeb, soll er dazulernen. 40 Tage und Nächte allein mit seinen Gedanken, mit seinen Fragen, seinem inneren Aufruhr, seiner Trauer, seinen Ängsten, seiner Zweifel, seiner Enttäuschung. Hier hat er Gelegenheit, sich dieser Gedanken, seiner Werte, seiner Moralvorstellung, seiner Bilder von Gott bewusst zu werden. Ganz viel innere Klärung, Selbstreflexion findet statt. Die Zahl 40 übrigens, sie steht, sie ist symbolisch gemeint und sie steht für Reifung und Klärung. Die Zahl 40 begegnet uns sehr oft in der Bibel. Auch Jesus war 40 Tage unterwegs. Paulus nach seiner Bekehrung 40 Tage und so Moses 40 Jahre. Also die 40 steht für eine Zeit der Reifung und Klärung. Eine Zeit, die es braucht, um innerlich zu sortieren. Du brauchst die 40. Das heißt, du brauchst die Zeit, die es braucht für neues Denken, neue Einsichten, neue Perspektiven. Und genau darum stellt sich Gott dem Elia jetzt völlig neu vor. Anders, als er ihn bisher gedacht und geglaubt hat. Er bekommt drei Kräfte zu sehen und zu spüren, die damals mit Gott selbstverständlich in Verbindung gebracht wurden. Ein starker Sturm, ein Erdbeben, ein Feuer. So ist Gott. Und jedes Mal heißt es, da war Gott nicht drin. Gott ist nicht im Sturm. Gott ist nicht in vernichtenden Orkanen, die Bäume entwurzeln, all das entwurzeln, was einem bislang Stabilität gab. Gott ist nicht im Erdbeben, Erdbeben, die die Erde schütteln und alles Bestehende unter sich begräbt. Gott ist nicht im Feuer, im Feuer, das alles frisst, was sich ihm im Weg stellt. Und dann kommt ein stilles, sanftes Sausen. Ein Wind. Und darin kommt Gott und redet mit Elia. Er redet mit den Müden zur rechten Zeit. So sagt es schon der Psalmist. Gott hat Elia einen langen Weg geführt. Ein Weg zu ihm, zu Gott und zu sich selbst. Er stellt sich ihm im leisen Rauschen des Windes vor. In der Ruhe liegt die Kraft. Gottesdienste können solche Ruheorte werden. Wenn wir singen, Herr, ich komme zu dir und ich stehe so, wie ich bin, vor dir. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Ich schütte mein Herz bei dir aus. Wir werden es nachher singen. Das ist genau das, was Elia jetzt macht. So geht es dem Elia am Berg Horeb. In der Stille begegnet er Gott. Und jetzt, und jetzt redet Elia. Und es quillt aus ihm heraus. Ich wollte für dich, Gott, kämpfen. Ich war ganz alleine übrig. Alle waren sie von dir abgefallen. Und jetzt wollen sie mir auch noch ans Leben. Elia kommt mir fast vor, wie ein Kind, das lange gekränkt weint. Und endlich bei der Mutter auf dem Schoß bricht dann alles aus ihm heraus. Nicht im Sturm und Gewalt. Waren dazu in der Lage, es aus ihm heraus zu bringen. Nicht Feuer, nicht Hitze. Kein Erdbeben, keine Umwälzung. Sondern der leise Wind. Das leise Reden. Der Herr ist nah denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. So heißt es schon im Psalm 34. Im Sturm, im Erdbeben, im Feuer hätte Elia niemals reden können. Und auch nicht hören können. Das schon gar nicht. Gott ist anders. Das spürt jetzt Elia, der Kämpfer. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt einmal unterbrechen meine Predigt. Ich setze sie gleich weiter fort. Aber ihr alle kommt mit eurer eigenen Geschichte. Auch die, die jetzt am Bildschirm den Gottesdienst jetzt oder nachher noch nachsehen. Ihr kommt alle mit eurer Geschichte. Ich habe dieses Lizit hier. Herr, ich komme zu dir und stehe vor dir so, wie ich bin. Und ich lege alles vor dich hin. Ich lade ein, das jetzt genau zu tun. Das, was dich belastet. Was dir jetzt Sorgen macht, weil du es dich nächste Woche wieder erwischen wirst. Weil es dich nächste Woche wieder damit konfrontiert wirst. Und du Angst davor hast, eventuell. Oder zurück in diese unglaublich schwierige Beziehung, die du augenblicklich lebst. Das bringt doch alles jetzt mal hier vor das Kreuz. Leg es einfach hin, indem du es für dich selber formulierst im stillen Gebet. Lass uns beten. Lass uns beten. Jesus, du hast unsere stillen Gebete gehört. Du hast das gehört, was wir fast verzweifelt dir jetzt hingelegt haben. Und jetzt wollen wir auf dich hören. So wie Elia damals auf dich gehört hat. Er hat gelernt und lass uns jetzt auch lernen. Amen. Und jetzt redet Gott. Und damit tut er zwei Dinge, die mir sehr wichtig sind. Er korrigiert erstens einige falsche Gedanken, Elias. Wir nennen das dissoziatives Denken. Gedanken, die uns immer auf ein falsches Gleis führen. Runterdrücken und nicht hoch. Und zweitens gibt er ihm einen neuen Auftrag. Der erste falsche Gedanke zunächst. Gott, ich bin alleine übrig. Ich bin Mutter, ich bin Mutterseelen allein. Und Gott sagt ihm, Elia, geh mal zurück, schau dich mal um. Da sind noch weitere 7000 Treue in Israel, du Depp. Das hat er nicht gesagt. Du Depp. Aber merken wir was? Die Angst, der Misserfolg, der Existenzdruck haben den Blick Elias getrübt. Elia, du schätzt deine Lage falsch ein. Du stehst da ganz dicht vor einem Baum und klagst, dass dieser Baum dir alle Sicht und Perspektiven nimmt. Tritt mal zurück und schau, welche Wege du drumherum führen. Ihr da in der Friedenskirche, es mangelt euch an Mitarbeitern, an Begeisterung für die gemeinsame Sache, an gelebten Beziehungen, die die Menschen jetzt brauchen und suchen. Schaut euch doch mal genauer um. Habt ihr die Menschen, die Gott durch eure Tore da hinten schickt, habt ihr sie wirklich mal gefragt? Hat sich jede und jeder Einzelne gefragt, was würde ich leidenschaftlich gerne für diese gemeinsame Sache einbringen? Vom Kaffeekochen bis hin zur Moderation? Und zweitens, lieber Elia, wenn du Menschen verändern willst, dann rede mit ihnen, rede mit ihnen so, wie ich es mit dir jetzt tue. In leisen Säuseln des Windes. Druck, Elia, erzeugt immer nur Gegendruck. Aggression erzeugt immer nur Gegenaggression. Das weißt du jetzt. Die Liebe erst wird die Menschen wirklich verändern. Aber dazu bedarf es viel, viel, viel Geduld, Elia. So, Elia, und jetzt steh auf. Hinfallen ist nicht schlimm, das ist menschlich. Liegen bleiben, das hätte der Teufel so gern. Aber aufstehen, Elia. Aufstehen. Das kommt von mir. Und nun geh und suche Hasael und salve ihn zum neuen König. Und was der Text später dann sagen wird, segne Elisha, denn den habe ich zu deinem Nachfolger erwählt. Ein letzter Auftrag für Elia, dieses Mal mit Horizont. Er bekommt einen Nachfolger, den er ausbilden soll. Und alles, was man von Elisha, dem Nachfolgenden, weiß, macht er es anders als Elia. Elisha ist nämlich kein Einzelkämpfer, sondern Teamworker. Eine Szene noch ist merkwürdig. Als Elia merkt, dass Gott ihn im leisen Wind begegnet und zu ihm spricht, da verdeckt Elia sein Haupt. Denn so ein alttestamentliches Gesetz, wer Gott sieht, wer Gott schaut, muss sterben. Kein Mensch ist würdig genug, Gott zu schauen. Nur verhüllt wagte es Elia, in Gottes Nähe zu treten. Nur mit einer Decke vor den Augen durfte Mose, wir erinnern uns vielleicht, nur vor Gott treten. Und auch das hat Gott später korrigiert. In Jesus Christus zeigt er sich uns allen. Schaut mich an, sagt Jesus, wer mich sieht, sieht den Vater. Ja, in diesem Menschen, Jesus Christus, hat Gott sein ganzes Heil uns schauen lassen. Und dieses Heil liegt nicht im Großen, sondern im Kleinen. Darum Bethlehem. Es fängt immer im Kleinen an. Gott liebt das Kleine. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, sagt Jesus damals zum verzweifelten Paulus. Wende dich mir zu, so wie es dir jetzt geht. Lass dich fallen in meiner Nähe. Meine Kraft soll in dir mächtig werden. In Christus verstehen wir, Gott ist bei den Schwachen, bei den Geringen. Und durch sie soll er, Gott, verherrlicht werden. Ja, wir mögen Mangel haben. Wir mögen auch an diesem Mangel leiden. Wir mögen verzweifelt sein, ob der Umstände um uns herum. Wir mögen ausgebrannt sein und am liebsten alles hinwerfen. Doch genau das sind die richtigen Voraussetzungen für Gottes Eingreifen. Vor einer Woche besuchten meine Frau und ich Geschwister Kolbe. Irmgard und Hans-Joachim. Es ist immer schön mit ihnen. Eine schöne Begegnung. Wir kamen auf dieses und jenes zu sprechen und die beiden erzählten einige ihrer dramatischen Bewahrungserlebnisse während der Flucht nach dem Krieg. Das waren wirklich dramatische Geschichten. Auf der Flucht den Tod mehrfach vor Augen und dann doch so wirklich wunderhaft bewahrt. Immer und immer wieder. Ja, es wurde sicherlich alles getan, um zu überleben. Doch das sie überlebten, war pures Geschenk. Und dafür sind sie bis heute dankbar. Wundersames Einschreiten Gottes. Als wir gingen, hatte ich so den Gedanken, Ja, es gibt Probleme in der Friedenskirche. Es gibt auch Probleme in Schaffhausen. Doch an dir, Rainer, hängt es nicht. Gott sagt, ich werde kämpfen und du wirst stille sein. Du, ihr, wir alle. Wir werden staunen, wie Gott wirkt. Und mit diesem Gedanken möchte ich enden. Elia bekam neue Hoffnung, neuen Mut und einen neuen Auftrag, als er ganz...